Ich möchte diese Aufgabe, die ich mit den Formeln berechnet habe, nun auch in der Dreisatzrechnung noch mal zeigen. Dazu kopiere ich mir die vorhandenen Informationen und kopiere sie hier mir noch mal hinein. So, jetzt gehen wir an die Rechnung und nutzen dafür aber die Dreisatzrechnung. Dabei schreibe ich mir zur Erinnerung auf, welche Werte wie in der Tabelle zusammenhängen. Allgemein gilt ja, 100% entspricht dem Grundwert und dem Prozentwert W entsprechen die P%. So, in diesem Fall habe ich ja gegeben den Grundwert 20. Also 20, ja, da kann man schlecht sagen, was wir da haben. Weil einmal haben wir Schüsse, einmal haben wir Treffer, also im Prinzip ist es allgemein eine Anzahl. Und gegeben ist weiterhin, nee, das stimmt ja gar nicht. Das sind ja die 100%. Und die 80%, dazu suche ich den Prozentwert. So, wie immer überlege ich mir, wie ich rechne. Dazu gehe ich auf die Seite, bei der ich zwei Werte habe. In diesem Fall also die 100 und die 80. Meistens ist es ja so, dass ich mit zwei Schritten vorgehe. Das heißt, ich rechne in diesem Fall von 100 auf einen Zwischenwert, von dem ich dann auf die 80 kommen kann. Man könnte 1 nehmen. Dann müsste ich durch 100 teilen und dann mal 80 mal nehmen. Ich kann aber auch andere Werte nehmen, wie zum Beispiel 10. Das ginge auch, dann müsste ich durch 10 mal 8 nehmen. Ich könnte aber auch zum Beispiel durch 5 teilen. Dann gehe ich auf 20 und dann das Ganze mal 4. Und wenn ich mir überlegt habe, wie ich da rechne, trage ich das auf der linken Seite genauso ein. Und glücklicherweise lässt sich das hier gut rechnen. 20 durch 5 ist 4 und 4 mal 4 ist 16. Und damit habe ich natürlich das gleiche Ergebnis, eben nur anders berechnet. Antwort Es sind 16 Treffer zu erwarten. 1 3 4 4 5 6 5 6